Meine Freunde, hier sind wir auf dem Kanal Filmkritik und heute zu einer sehr schlechten Nachricht. Ich weiß, das Video heute habe ich schon rausgebracht. Habe eben gerade noch das Neue für heute Abend abgedreht. Und ja, wollte mich gerade mal in mein Bett reinlegen. Und dann kommt Kurch auf Bild und sehe die Schreckensnachricht. Robin Williams, also Robin Williams, nicht Robbie Williams. Der ältere Herr, der Comedian, ist leider verstorben. Ein sehr, sehr guter Schauspieler. Wie ich finde, einer der besten. Ich habe immer so gefeiert, wenn er in irgendwelchen Filmen zu sehen war. Und seine Rolle einfach immer perfekt gespielt hat. Und das ist einfach ein Verlust für die Filmwelt. Das ist einfach ein tragischer Verlust. Das ist einer der besten Schauspieler überhaupt gewesen. Hat einen Oscar gewonnen. War letztens erst noch im Fernsehen mit dieser Serie, wo er einen Chef gespielt hat vom Unternehmen, vom Werbeunternehmen. Und ja, ich wollte euch das kurz mitteilen. Auf Facebook wird es jetzt schon krass gespammt. Und ja, wollte ich das kurz mitteilen. Denn das ist sehr schade. Mich, also, ja, das tut es auch weh, so als Fan sowas jetzt zu lesen. Es soll wohl ein Suizid gewesen sein. Er soll sich wohl selber ermordet haben. Die ersten Meldungen zufolge soll er sich erstickt haben. Es ist aber noch nichts bestätigt. Also Freunde, verlasst euch nicht darauf, was ich jetzt sage. Es sind nur die ersten Meldungen von der Bild-Zeitung gewesen. Wir wissen es ja. Auf jeden Fall, meine Freunde, wir sehen uns heute Abend beim Video wieder. Ich freue mich schon drauf. Klar, mit einem tragischen Hintergedanken. Aber trotzdem machen wir es auch mit einem Lachen durch die Welt gehen. Und das Leben geht weiter. Also, das ist ja ganz klar. Aber es ist echt schade. Auf jeden Fall, meine Freunde. Like das Video. Oder nein, nein. Ich bin hier nicht auf Fame geil oder sowas. Wenn ihr Anteilnahme nehmt, kommentiert unter. Liken, teilen, gar nichts. Nur wenn ihr der gleichen Meinung seid, dass es ein super Schauspiel einfach war. Und einfach Respekt verdient hat. Kommentiert das Video. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns heute Abend. Schlaf gut, meine Freunde. Oder beziehungsweise, wenn ihr es am Tag seht. Morgen, meine Freunde. Auf jeden Fall, bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Unterschnelle Schritte. Tschüss. Wie war das? Die Droge ist toggle. Ich bin hier deshalb auf gedacht. Tschüss. Tschüss. Das ist nun zu einer ges бойlichenотze. caster.